Es geht um die bedeutende Botschaft für Europa, für die Menschheit, für die Welt von Atromeda. Und zwar haben wir heute R. Raon, einen Vertreter aus der Galaktischen Föderation bei uns. Er wird nachher zu uns sprechen im Channeling und ich habe ihm auch vorab schon einige Fragen gestellt. Die sind hier auf meinem Papier, die werde ich euch nachher vorlesen. Und er wird uns sehr viel sagen über die allgemeine Situation, die gerade auf der Erde ist. Also bleibt dran. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eines der größten Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Und wenn du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich danke dir jetzt schon dafür. Ja und heute geht es nochmal um die aktuelle Situation und vor allen Dingen um Andromeda. Es ist wichtig für die Zeit, in der wir gerade sind, uns auch den Botschaften der außerirdischen Freunde zu öffnen. Und Andromeda, diese Menschen, wollte ich gerade sagen, diese Wesen, die dort leben, die Andromedaner, sie sind sehr weise. Sie haben einen sehr scharfen Verstand und eine große Wachsamkeit. Und das alles liegt in dieser besonderen Botschaft, die sie heute für uns haben, die uns überbracht werden wird. Und sie sagen ganz klar, die Energie lügt nie. Ja, sie bahnt sich ihren Weg wie ein Sturm. Sie kommt jetzt immer mehr an die Wahrheit, auch die ganzen Unwahrheiten und die Energie wird auch immer kräftiger, um uns zu unterstützen. Die Schleier lüften sich und die Menschen beginnen, die falschen Realitäten, die geschaffen wurden, zu durchschauen. Die Andromedaner sagen, dass es wichtiger denn je ist, sich mit dem eigenen Herzen und der eigenen Intuition zu verbinden und nicht zuzulassen, dass jemand anders das eigene Leben kontrolliert. Denn nur du kannst dein eigenes Schicksal erschaffen. Und unter jeder Sonne eines jeden Planeten sind wir alle zugewandt zu dem einem Licht, zu Gott. Das sagen sie, denn auch sie sind von Gott erschaffen und genauso wie wir Wesen aus Liebe und Licht. Und es wird immer wichtiger, sich diesen Botschaften zu öffnen. Und was sie zu sagen haben, gerade die Andromedaner, sie haben ja diese große Weisheit, zu der wir überhaupt noch nicht ansatzweise hinkommen könnten. Bei den Andromedanern ist es so, dass die Frauen mehr kämpferisch sind und machtvoll sind und dass die Männer unter ihnen eher die feinfühligen Wissenden sind. Also so ein bisschen anders, als wir es kennen. Und diese große innere Weisheit, die spiegelt sich auch in den Gestalten, in ihren Gestalten wieder. Ich werde euch nachher auch noch ein Bild von Arius zeigen, damit ihr ihn mal sehen könnt. Diese feine Art, die er hat und ja, dieses hohe Wissen, das sieht man irgendwie, wenn man ihn anschaut. Ich werde euch jetzt gleich mal das Bild schon zeigen. Ich habe es ja vorbereitet. Und ihr werdet das jetzt sehen. So, guckt mal, da steht er jetzt in seiner vollen Größe, obwohl die Männer meist ein bisschen kleiner sind als die Frauen, ein bisschen schmäler, weil sie eben jetzt diese körperlichen Tätigkeiten nicht so ausführen. Und ihr seht auch diesen grünen Hautton. Das ist also typisch für Andromeda. Und diese Leuchtkraft, dieses innere Wissen, das ist einfach ein Teil von ihm. Und ihr seht, er steht inmitten der Naturgewalten standhaft. Mit seinem Wissen steht er da und sagt hiermit, vertraut uns, wir haben das alles schon erlebt. Wir haben das alles schon durch, bevor wir aufsteigen konnten in die höheren Dimensionen, hatten wir auch einiges zu erleben. Und er sagt einfach, vertraut uns, wir sind da, um euch zu helfen. Es ist wichtig, zu unserem authentischen Selbst zu kommen, sagt er. Und dann werden die Wunden geheilt, die die Menschen über viele Lebenszeiten hinweg ertragen mussten. Und jetzt ist die Zeit, dass dies auch alles geheilt werden kann. Ihr seht, wie schön er angezogen ist mit diesem tollen Umhang. Und ja, also es ist wirklich ein Traum, dass wir euch die Wesen so zeigen können, wie sie sich uns zeigen. So, jetzt schalte ich mal wieder um. Ich werde euch hier oben auch mal noch das Video verlinken von Atreius, von unserem anderen Kommandanten, der schon gesprochen hat über die Ukraine. Das solltet ihr euch auch anschauen. Und jetzt heute werden wir diese wichtige Botschaft hören, die besonders Europa und natürlich sowieso auch die anderen Menschen alle auf der Erde betrifft. Was jetzt gerade wichtig ist mit dieser Energie, die nie lügt. Also das heißt, wir sollten uns wirklich immer nach der Wahrheit ausrichten. Sie sagen, dass es unermesslich ist, nach der Wahrheit zu streben. Und damit du sie wahrlich erfahren kannst, solltest du sie aktiv suchen. Also es ist eigentlich ganz, es wird so oft gesagt in letzter Zeit, dass wir aktiv werden sollen. Also nicht nur im stillen Kämmerlein sitzen, sondern aktiv. Jetzt hier meint er diese Wahrheit suchen. Also gucken, wo wir angelogen werden. Und durch jahrtausende langes Lernen haben die Andromedaner sich sehr viel Wissen angeeignet und haben auch eine unfassbar hohe Schwingung, die einfach jetzt auch allein, wenn ihr diese Worte hört, die ich euch zu euch sage, eure Schwingung schon auch erhöht. Und das ist ganz wichtig. Und sie bitten uns tatsächlich sehr, unserer Intuition zu vertrauen und zu akzeptieren, dass nur wir allein unser Schicksal ändern können. Dass es tatsächlich an uns liegt, was aus der Zukunft wird. Und einfach auch wirklich zu begreifen und zu bejahen, dass wir uns durch die Zuwendung zum Licht und dem Gott und der Quelle auf dem prächtigen Weg befinden. Und dass es eigentlich keinen anderen Weg gibt, sagen sie also auch. Erraon war auch dabei, als die sieben kosmischen Lichtschwestern ausgebildet wurden. Und er war also auch dabei bei der Gründung der Plejadenschule. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, dann schau einfach mal auf den Link unter diesem Video. Dort wird noch ganz viel erklärt. Und Erraon ist ein sehr, sehr weiser, ein weises Wesen mit so viel Wissen und so viel Feingefühl. Es macht mir sehr große Freude, mit ihm zu channeln und euch die Botschaften zu überbringen. Sie sind eine hochentwickelte Rasse von Wesen, die zu dem Rat der Galaktischen Föderation gehören. Und sie sind auch mit den anderen Lichtschiffen positioniert, um uns zu unterstützen. Sie sind ganz nah. Und diese Nähe macht es einfacher, die Energien zielgerichtet auf der Erde zu lenken. Sie sind in diesen schwierigen Zeiten des großen Wandels hier, um uns zu unterstützen. Und wie du weißt, wird die Welt ja gerade von einer Reihe von Naturkatastrophen und sogar Kriegen heimgesucht. Und dies löst bei vielen Menschen ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und der Angst aus. Aber die Andromedaner, sie sagen, wir sind da, um zu helfen. Und wir werden dir auch deine Fragen beantworten. Und ich habe dann auch gleich Fragen gestellt, die ich euch gleich vorlesen werde. Und sie sagen, sie sind ein Teil des Rades der Galaktischen Föderation, einer Gruppe hochentwickelter Wesen aus dem ganzen Universum, die sich zusammengeschlossen haben, um die Menschheit in dieser Zeit des großen Wandels zu unterstützen. Die Andromedaner haben sich bereit erklärt, uns mit ihrem Wissen zu beraten. Sie besitzen sehr große Lichtschiffe, mit welchen sie sehr leicht durch das Universum bis zu uns kommen können. Sie sind Wesen von großem Mitgefühl und sie sind hier, um uns in der Zeit der Not zu helfen. Und wir können uns mit den Andromedanern verbinden und sie um Rat und Unterstützung bitten, indem wir unser Herz und unseren Geist für sie öffnen. Und wir können sie auch einfach um Hilfe bitten. Sie sind gerne für uns da und es macht ihnen Freude, uns zu helfen. Und jetzt hole ich mal diese drei Blätter, die ich habe, mit den Fragen. Die erste Frage war, wie könnt ihr uns an eurem großen Wissen teilhaben lassen? Die Antwort war, die Andromedaner teilen ihr Wissen gerne mit uns. Sie sagen, dass es für uns wichtig ist, aufgeschlossen und lernbereit zu sein. Sie sagen auch, dass wir bereit sein sollten, unsere Überzeugungen und Einstellungen gegenüber der Welt zu ändern. Ich finde es ganz wichtig. Wir müssen bereit sein, eine neue Realität und eine neue Art des Seins anzunehmen. Die Andromedaner sind Experten in Sachen Manifestation und können uns helfen, unsere Schwingung zu erhöhen, damit wir die neue Realität erleben können. Also das alles sollten wir irgendwie bearbeiten, irgendwie dahin kommen. Dann können wir an dem großen Wissen dieser wundervollen Wesen teilhaben. Dann meine Frage, was denkt ihr über den Konflikt auf der Erde? Wird sich der Krieg auch auf Europa ausdehnen? Die Andromedaner glauben, dass der Konflikt auf der Erde eine Folge unserer niederen Schwingung ist. Sie sagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir unsere Schwingung anheben und Frieden und Harmonie erleben dürfen. Sie sind großartige Heiler und können helfen, Blockaden und Negativität zu beseitigen. Sie sind liebevolle Wesen, die nur das Beste für uns wollen und sie werden uns bei jedem Schritt unterstützen. Also die Schwingung. Es ist ganz wichtig, dass wir uns um die Schwingung kümmern. Dann die andere Frage, was können wir tun, um unsere Schwingung zu erhöhen? Die Andromedaner sagen, dass wir unsere Schwingung am besten erhöhen können, indem wir meditieren und uns auf Liebe und Licht konzentrieren. Sie sagen auch, dass es wichtig ist, dass wir aufgeschlossen und lernbereit sind. Sie sagen auch, dass wir bereit sein sollten, unsere Überzeugungen und Einstellungen gegenüber der Welt zu ändern. Wir müssen bereit sein, eine neue Realität und eine neue Art des Seins aufzunehmen, anzunehmen und aufzubauen. Ja, also immer wieder unsere Bereitschaft spielt eine große Rolle, wird gesagt. Was können wir tun, um den Prozess des planetarischen Aufstiegs zu unterstützen? Sie sagen, dass es viele Dinge gibt, die wir tun können, um diesen Aufstiegsprozess zu unterstützen. Eines der wichtigsten Dinge ist es, positiv zu bleiben und sich auf das Ergebnis zu konzentrieren. Wir sollten unseren Glauben aufrechterhalten und darauf vertrauen, dass sich alles zum Besten wenden wird. Wir können auch bewusst Liebe und Licht an den Planeten und alle Wesen auf ihm senden. Das wird dazu beitragen, die Schwingung des Planeten anzuheben und ein friedlicheres und harmonischeres Energiefeld zu schaffen. Wir können uns auch mit den aufgestiegenen Meistern verbinden und sie um Hilfe bitten. Alle lichte Wesen werden das Energiefeld der Erde ausdehnen und halten. Also es wird für uns auch daran gearbeitet, aber wir müssen auch unseren Teil dazu beitragen. Die nächste Frage war, was können wir tun, um anderen zu helfen, die noch nicht bereit sind, aufzusteigen? Die Andromedaner sagen, dass wir niemanden zum Aufstieg zwingen können, wenn er nicht bereit ist. Wir können ihnen aber trotzdem Liebe und Licht schicken und für ihr höchstes Wohl beten. Wir können uns auch empathisch mit ihnen verbinden und ihnen unsere Unterstützung zukommen lassen. Wir können die Vision einer friedlichen und harmonischen Welt für alle Menschen aufrechterhalten, auch wenn sie noch nicht bereit sind, dies zu erleben. Auf diese Weise helfen wir, das Energiefeld für den Aufstieg zu schaffen, das schließlich alle umfassen wird. Dann eine andere Frage. Welche Fähigkeiten haben die Andromedaner? Sie sind großartige Heiler und können helfen, Blockaden und Negativität zu beseitigen. Sie sind auch Experten für Manifestation und können helfen, unsere Schöpferkraft zu verstärken. Sie sind sehr weise Wesen und sie sind in der Lage, sich mit den höheren Dimensionen zu verbinden und uns Führung und Unterstützung zukommen zu lassen. Sie sind auch sehr liebevolle und hilfsbereite Wesen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass wir mit unserer Aufgabe erfolgreich sind. Dann noch eine Frage. Mit welchen Techniken der Manifestation arbeiten die Andromedaner? Die Antwort ist, sie arbeiten mit einer Technik der Lichtverstärkung. Dabei geht es um Verstärkung des Lichtes und der Liebe, die wir in die Welt aussenden. Sie arbeiten auch mit dem Prinzip der Resonanz, was bedeutet, dass Gleiches Gleiches anzieht. Wenn wir mit einer hohen Frequenz schwingen, ziehen wir ähnlich Hochfrequenzen, Wesen und Situationen in unser Leben. Die Andromedaner können uns helfen, unsere Schwingung zu erhöhen, damit wir anfangen können, diese Art von Realität zu erleben. Dann noch eine Frage. Was denken die Andromedaner über außerirdischen Kontakt? Sie glauben, dass der Kontakt mit Außerirdischen natürlich und unvermeidlich ist. Sie glauben, dass alle Wesen im Universum miteinander verbunden sind und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir Kontakt aufnehmen. Und das geschieht ja jetzt schon. Wie lange wird es dauern, bis die Menschen die Andromedaner mit ihren physischen Augen sehen können? Die Antwort ist, es ist für einige Menschen möglich, sie mit ihren physischen Augen zu sehen, aber es wird einige Zeit dauern. Die Schwingungsfrequenz der Erde muss erst noch mehr ansteigen, bevor dies möglich ist. Also es waren jetzt mal ein paar Fragen und ich denke, es war auch für euch interessant. Und das heißt also jetzt diese besondere Botschaft, die Energie lügt nie und dass wir uns tatsächlich noch mehr öffnen sollen zu der Wahrheit und zu unserem Herzen, was wir da fühlen. Und jetzt wird gleich die Botschaft kommen. Die Botschaft, und ich sprühe mich ein mit der Plejadenenergie, und wünsche euch schon ganz viel Freude. Ich schicke mal ein bisschen rüber. Ich weiß, dass manche das riechen können. Und jetzt geht es auch gleich los. Es spricht jetzt der Anführer der ersten Gruppe der Friedensflotte zu uns. Sei gegrüßt mit dem Segen des Lichtes. Meine Freunde, mein Name ist Eraon. Wir sind die Andromedaner und wir kommen in Liebe und Licht zu euch. Wir sind hier, um euch in diesen schwierigen Zeiten beizustehen. Ihr seid nicht alleine. Wir sind immer bei euch. Wir sehen, dass ihr gerade durch schwierige Prozesse in der Übergangszeit geht. Wir sehen aber auch, dass ihr in der Lage seid, diese Zeit zu meistern. Und wir möchten gerne, dass du dies fühlen kannst. Denn so können wir besser für euch wirken. So öffne nun bitte dein Herzchakra und lass die Liebe der Andromedaner herein. Wenn du das tust, wirst du unsere Gegenwart um dich herum spüren, die dich mit Licht und Wärme erfüllt. entspanne dich einfach in dieses Gefühl hinein und lass es dich trösten und tragen. Erlaube dir, unsere Nähe zu fühlen, denn wir sind da. Wir kennen das Universum und wir kennen deine Aufgabe, die Erde in die höheren Dimensionen hinauf zu begleiten. Ihr habt einen langen Weg hinter euch und viele von euch sind schon bereit, aufzusteigen. Zurzeit gibt es bei euch in der Erdumlaufbahn ca. 144.000 Wesen des Lichtes, die gekommen sind, um auf diese Weise euch zu dienen. Wir wissen, wie schwierig deine Aufgabe ist. Aber sie ist nicht ohne Hoffnung. Die Andromedaner sind hier, um dir zu helfen und sie werden dich bei jedem Schritt begleiten. Du bist nicht alleine. Wir sind ein Teil der großen galaktischen Konföderation und wurden extra geschult für diese Aufgabe. Wir kommen von vielen verschiedenen Orten im Universum und wir sind alle gekommen, um zu dienen. Wir sind gemeinsam in unserem Ziel vereint und gemeinsam mit dir werden wir es erreichen. Wir waren dabei, als die sieben kosmischen Schwestern ausgewählt wurden und wir haben die Schulungen gemeinsam vollzogen. Und so ist die Pleiadenschule entstanden, welche wir euch zur Verfügung stellen, um euch zu dienen. Bitte erlaube dir, die Liebe und Unterstützung der Andromedaner zu spüren und wisse, dass wir immer bei dir sind und bereit sind, dir zu helfen, wo wir nur können. Vertraue auf deine innere Führung und wisse, dass alles gut werden wird. Deine größte Kraft liegt in deinem Herzen und in deiner Seele. Vertraue auf deine Gedankenkraft und du wirst manifestieren, was du brauchst. Wir, die Andromedaner, sind hier, um dir bei diesem Prozess zu helfen. Entspanne dich einfach und lasse los. Den Rest erledigen sie für dich. Sie sind großartige Wesen, welche deine Manifestationskraft um ein Vielfaches verstärken werden. Vertraue auf uns, denn wir sind für dich da. Und so verabschieden wir uns von dir mit dem Gruß des Lichtsegens und bleiben dennoch in deiner Nähe. Ja, ich hoffe, du bist wieder hier, ihr seid wieder alle da und ich hoffe, ihr konntet diese Energie ganz tief in eurem Herzen aufnehmen. Denn diese Schwingung von Andromeda ist etwas ganz Besonderes, ihr Lieben. Und die Andromedaner haben ja gesagt im Channeling, dass sie tatsächlich immer schon bei uns waren und dass sie tatsächlich uns energetisch sehr und sehr gut unterstützen. Und so wünsche ich euch mit diesem Channeling, mit dieser Botschaft eine besonders schöne Zeit. Genießt die Energien und befolgt, wenn es euch möglich ist, diese guten, vielen Ratschläge, die wir heute bekommen haben. Denn all dies kann eine Veränderung für die ganze Menschheit bedeuten. Und wenn dir die Botschaft gefallen hat und du immer die neuesten Botschaften der geistlichen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Klick einfach hier auf die Kugel und aktiviere die Glocke und ich danke dir sehr dafür. Alles, alles Liebe.